Es gibt eine polarisierte Debatte über Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Es gibt also Menschen, die sagen, ohne dieses wichtige Instrument könne man die Sicherheit in Deutschland nicht gewährleisten. Seit nunmehr anderthalb Jahren hören wir von dieser Koalition und von der Vorgängerkoalition nichts, aber auch gar nichts. Das Instrument ist ausgesetzt. Sie warten auf Karlsruhe. Schaffen Sie es endlich ab, Menschen ohne Anlass in Deutschland zu beschnüffeln und wenden Sie sich gegen dieses Instrument. Auch das wäre eine Forderung an die Bundesjustizministerin, die wir mittragen würden.